Yes! Was haben wir hier? Spray. Och ja. Cool. Overkill. Wählen sie eine Privärwaffe als zweite Waffe. Perfekt. Wunderbar, dann machen wir das doch gerade mal. Ist die Waffe geil, ich liebe diese Waffe. Gut, dann kann eigentlich das hier weg, das hier kann weg. Das kann auch weg. Dann machen wir hier Overkill. Freischalten und ausrüsten. Dann eine zweite Waffe. Machen wir... Das ist eine gute Frage. Welche Waffe nehmen wir denn mal? Eine zweite Primärwaffe. Irgendwas cooles. Ja komm, die nehmen wir. Ist das Laser hier auch? Ist das kein Lasermarkierer? Mann. Nehmen wir halt die mit dem Lasermarkierer. Genau das. Waffe personalisieren. Nehmen wir... Blau. Was können wir hier? Spray. Komm, das möchte ich mal probieren. Schön, dann geht es ja gerade weiter. Da sind wir schon fast Level 17. Ich breche ab. Ist das geil. So, Uplink. Abschuss bestätigt. Probieren wir das mal. Das nächste Mal probiere ich das mit einer Pistole. Zermalmt jeden, der sich euch entgegenstellt. Boah, Jungs. Passt auf. Fuck. This. She. Abschuss bestätigt. Ah, was leckt das denn jetzt gerade so fies? Genau so. Bitches. Alter, mach hin. Der lädt ja voll langsam nach. Achso, ich hab ja das Magazin raus. Scheiße. Wir haben die Führung übernommen. Wunderbar. Oder wie ich sage, Wunderbärchen. Ach, Junge. Wir haben den Vorteil verloren. Ja, das läuft damit wunderbar. Ehrlich, also mit dem Zielteil läuft das perfekt. Tschüss. Yes, Bitches. Oh Gott, ist das mies. Was? Egal, dann nehme ich wenigstens hier den Punkt doch mit. Abschuss verwehrt. Und die. Abschuss bestätigt. Schneller, schneller. Abschuss bestätigt. Oh Gott, wie der Server leckt. Hi. Ah, Mist. Hier ist niemand. Muss hier schnell raus. Schnell weg. Schnell weg. Der kann das fressen. Mist. Oh Gott, leckt der Server. Oliver. Das ist ja ätzend. Na komm. Komm doch. Komm her. Oh Mann, Jungs und Mädels. Das lag die Sau hier. Vorräte unterwegs. Abschuss bestätigt. Das ist meiner. Mein Teammate. Ah. Klasse. Gut gemacht, Oliver. Gut gemacht. Idiot. Oh yeah. Wo ist denn mein Lasermarkierer? Scheiße, ich hab den Lasermarkierer vergessen oder was? Ah ne, das war ein EMP. Pisser. Abschuss bestätigt. Oh, was hätte ich mich wieder aufgeregt, wenn der mich gekillt hätte. Ai, 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 ai. Weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir lagts. Tschüss. Mist. Boah. Verbündete Fernlenkladung unterwegs. Schon wieder so ein... Was ist denn da? Warum läuft das denn hier halt so? Krasse Scheiße. Ich versteh den Server hier nicht. Das sind ja alles Einstellungen. Das kannst du ja einstellen, wa? Aber, naja. Boah, nach dem Match hau ich hier von dem Server ab. Das kannst du aber glauben. Nach dem Match bin ich von dem Server runter. Das ist mir ja viel zu doof hier. Scheiße, ey. Was denn campen die alle? Ist ja noch schlimmer. Wie lange geht denn das Match noch? Sechs Minuten. Ah. Den hole ich mir. Oh, hast du schon? Oh, ich habe eine Drohne. Yippie, yay. Da kommt einer. Da kommt einer. Was ist denn hier los? Abschuss bestätigt. Das... Mann! Abschuss bestätigt. Wo ist die Drohne? Scheiße. Da kommt einer. Hunter Killer Drohne eingesetzt. Ha! Das war gut. Ich wusste ja, dass er kommt. Abschuss bestätigt. Oh Gott. Mach hin, bitte. Gar nichts. Wieder nichts. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Scheißding nie treffe. Gebratzt. Nochmal gebratzt. Ja, ja, gleich. Oh Gott, die kommt von hinten. Der wollte mich von vorne nehmen. Habt ihr es mitgekriegt? Die Sau. Komm. Ja, perfekt. Mach hin. Jetzt aber wenigstens mal ein, oder? Nö, gar nichts. Ich treffe niemanden. Och jo. Oh, ich bin... Ich hab zwei Deaths. Alter, wie krass. Wie viel steht's denn? Weiß gar nicht, wie viele Punkte wir brauchen. Oha. Ah. Mein Gott, ist das ein Leggy-Server. Tss. Yeah, haha, haha, haha. Na, komm. Will keiner raus, oder was? Ne, will keiner raus. Dann komme ich denen halt entgegen. Ich habe damit ja auch kein Problem. Pisser. Scheiße, hätte ich die Waffe nicht gewechselt. Ja, perfekt. Schnappt ihr das Ding? Wunderbar. Ach, hat er nicht mehr gekriegt. Shit. Ja, gleich haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich hoffe es zumindest. Ah, da hinten sind sie alle. Da hinten. Scheiße, jetzt ist der Radar weg. Mist. Abschluss bestätigt. Bäm. Nein, jetzt habe ich aufgehört zu schießen und der hat's. Mist. Na gut, egal. Das wäre schön geworden. Ein kleiner Headtrick wieder. Drohne, Drohne, Drohne. Okay, da hinten. Was zum... Ich habe das doch gerade aufgenommen. Na gut, scheiß drauf. Ach, Quatsch. Der war viel zu weit weg. Stepp. Ich will diesen Hundesohn nicht mehr sehen. Alter, dann willst du den Hundesohn halt nicht mehr sehen. Dann lass ihn doch gehen. Lass ihn gehen. Lass ihn frei. Wie ein Vogel. Alter, das hier mit dem Ziel, Dings, das läuft wunderbar. Boah, ehrlich. Also, super. Kein Wunder, dass sie manchmal besser waren als ich. Mit so kleinen Hilfsmädelchen. Boah. Jetzt ist mich fast abgeschossen, Alter. Mist. Na ja, 20 zu 6, das lässt sich trotzdem noch sehen. Bäm, Alter. Wo seid ihr? Oh, geil. Mist. Neuin. Scheiße. Na gut. Aber es läuft. Merkt ihr das? Es läuft jetzt die letzte Zeit richtig gut. Finde ich prima. Also von mir aus kann das immer so bleiben. Abschuss bestätigt. Ah. Den hole ich mir noch, den einen. Mist. Ah. Perfekt. Komm, mach einen platt. Da war doch gerade einer. Da haben wir noch gesehen. Perfekt. Oh, ja. Jetzt aber, oder? Nächstens ein. Ja. Das war ich auch noch. Perfekt. Ist das geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich glaube, das lief ganz gut jetzt gerade. 24 bestätigt. Unglaublich. Ja, ich glaube, das lief ganz gut. Ich glaube, das lief ganz gut. Ich glaube, das lief.